Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Mist und Kandatia mit meinem anstehenden Naruto und Medien Blasch So und nun werden wir weiter richtig hergefliegen um die World weiterzumachen Was ich noch weisslich bis hier nun auf Level 82 zusammen zu sammeln Das ist ja immer viel, dass immer noch ungefähr 100 oder 2000 Jetzt mal auf der rechten Arschwatte ab Abstehenden Deswegen warte dann an den Weg um zu nehmen Ja, wirst du denn Ah, danke So Finde dich schwer Finde dich schwer Finde dich schwer Ja, weil Der Kater auch Real Ah Wurde dich ja Nein Jetzt hast du denn weiter so eine Anleitung Gibt Hallo Mögen euch die Sterne leiten Hm Dann können wir wieder zusammenkommen und wir können das machen Wir haben ja noch mal Einfach 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 Dein Jetzt Ich bin außer Reichweite. So, okay. Bist du den Händen jetzt? Ja, das ist rot. Nee. Dann weiß ich nicht. So. Ich hab zu... ...ehh... 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 ...ok... ...gut der... ...ok... ...was? Ich hab die Schraube... ...ich muss näher heran. Die Schraube ist noch nicht bereit. Das lässt sich mal noch. Und ich hab ihn nicht mehr parallel. Von dem hat er noch nicht leid. Das ist der Fall. Hier gehtS. Ich habe da einen Schraube. Wo ist da noch eine Heide? Ja. So, ich werde den Helftmann sehen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich werde den Helftmann sehen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich werde den Helftmann sehen. So, jetzt holen wir uns auf die Sigma-Führer und die Bildtische an, dass wir sie in den Namen raten können, die wir gerne weggehen. Und da war man dann praktisch ein Bildtische an. Also, wir brauchen ein Bildtische an. Okay. 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 So, ich werde jetzt noch ein Bild – ich habe auch schon. So, das war der Kante der anderen Seite, die wir hier auch haben, die Fischbeteilung. Ah, das ist so cool. Ja, das ist so cool. So. So. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit sein. Diese Fehlzeit ist noch nicht bereit. So. Ich hab den den Kopf in Verschicht. Ich bin außer Reichweite und der Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich bin außer Reichweite und der Zauber ist noch nicht bereit. Ich komme aus. Ich bin außer Reichweite. aber war ich nicht ich habe zu wenig Energie. Anlass noch nicht hoch. Auch ein Ziel. Ja. Wir brauchen ein Sprechendenergefahren hier, wenn wir davon überhalte Klima. Aber wie? Wie ist das? Vielleicht wird der Gegner mitnehmen oder rauslaufen. So, ich weiß dann, dass wir jetzt hin. Die Zauber ist noch nicht bereit. Vielleicht trägt er noch die Mordung. Okay. Vielleicht trägt er wieder aus hier. Noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirzen. Ich kann das noch nicht hoch. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich bin außer Reichweiter. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss zuerst etwas angelegen. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das jetzt noch nicht ansehen. Ich kann das nicht tun. Das ist noch nicht fertig. Ich kann das nicht vorstellen. Die Fähigkeit ist noch nicht richtig? Ich kann das nicht planen. Die Fähigkeit sind noch nicht angelegend. und Ich bin jetzt wieder zurückgekommen. Nein. Nein. Ich bin da, wenn ich da nochmal wieder rauskriege. Ich muss mehr hören. Das Auto ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin jetzt noch nicht bereit. Ich bin jetzt noch nicht bereit. Das nächste Gebiet. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Okay. Noch nicht bereit. Das lässt immer noch auf. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht nutzen. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Ich habe den weitblick, der ihr... Ich bin jetzt in der Nähe. 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 Ja. Entstand die sens. Ich bin jetzt in der Nähe. Und dann, wir können hier noch ein bisschen weiter machen, also, wir können hier noch ein bisschen weiter machen, Die Träumerin ist erwacht. Ich fürchte um Alisra. Phan Dralls Verderbnis schlug weiter als alles, was ich im Albtraum sah. Und doch können wir uns damit nicht aufhalten. Innerhalb des Traums machte ich eine wichtige Entdeckung. Der Riss, der die Grenzen dieser Welt schwächt, hat die Rückkehr mächtiger Verbündeter beschleunigt. Die uralten Wächter kommen zurück. Ich kann ihre Anwesenheit spüren. Wir müssen sie unbedingt in diese Welt geleiten. Ihre baldige Hilfe ist unverzichtbar. So, hier wird man aber nachts aufgemacht. Ja? 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 Ich glaube schon, dass wir das hier haben, dass ich verwirrt, wenn es hier ist, Und zwar immer ganz im Jahr der Jahre der Tod, wenn es gezeichnet ist, die Gartenkörper und Röpfe, auf den Röpfe, der Strafstilie und der Allgemeinschaft mit der Gartenkörper die Gartenkörper, die Gartenkörper, die Gartenkörper, die Gartenkörper und der Allgemeinschaft Verwandtung durch, und zwar wird es nicht, aber wird es nicht, aber wird es nicht, sondern wird es nicht, es wird es nicht, es wird dann so, und dann kann man sich wiedersehen, und dann kann man sich wiedersehen, Hier ist das. Ich muss noch ein bisschen Daten, weil wir nicht. Ich würde gerne wieder weiter machen. So, jetzt machen wir das. Hier ist 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 das. Glaubw du hast? Ich nehme nur. Ich nehme nur noch auf. Ich nehme mir, ich nehme nur noch auf. Ich nehme es nur noch auf. Jetzt habe ich nach MeaningON. Ich nehme, ich nehme die Übersetzung aus. Jetzt sind dann noch auf. Ich nehme an die Übersetzung. Jetzt wird noch eine Übersetzung. Schuss. Schuss. Schau mal. Das ist der Wetter unter uns, dass wir da oben und nachdenken. Guck doch, was ist euer Wunsch? Wir wollen uns noch mal was hier nehmen. Wir werden die Wäsche abmalen können. Dann machen wir das gleich mal. So. Und auch gut. Ich hoffe, ihr habt einen starken Magen. Das Reisen durch die Bresche ist nichts für schwache Nerven. Wir sind im Zentrum des Mahlstroms, dem Riss zwischen Tiefenheim und Azeroth. Seht, wie er diese Welt buchstäblich auseinanderreißt. Hoffentlich können Thrall und die anderen ihn aufhalten, damit wir ihn reparieren können. Es geht los! Haltet euch fest! Und? Ähm, guck doch. Ja, ich guck doch, wer will die Berge her fünf. Ja, das war genau. Hier gab es früher einen von den Titanen gefertigten Steinen, die Welten-Säule. Ein verdienter Name, denn sie trug das Gewicht aller elementaren und magnetischen Kräfte Tiefenheims. Sie zersplitterte, als Todesschwinge durch den Dom darüber brach und den Riss zwischen den beiden Welten schuf. Ganz Tiefenheim wird nach Azeroth stürzen, wenn wir die Welten-Säule nicht wieder zusammensetzen. Das erste Fragment hätte uns von einem Schiff der Horde geliefert werden sollen. Der Sturmfuhrrohr. Es kam nie an. Wir haben die Kontrolle über den Tempel übernommen und halten so viel Schaden zurück wie möglich. Geht hinein und sprecht mit Marut. Er hat das Sagen. Wir zählen alle auf euch. Gut, dann nehmen wir dann ab. Wir sehen uns das mal an, ne? Wir sehen uns mal auf. Jeder Tag ist ein Segen. Jeder Tag ist ein Segen. Jeder Tag ist ein Segen. Nicht aufgeben. Also nicht aufgeben, aber auch nicht aufgeben. Okay? Nun geht. Ja. Ich will auch gern mal auf den Tag. Alles. Friede sein. Was führt euch hierher? Wir sehen uns wieder. Also wir sehen uns wieder. Ich finde es. Ich finde es. Ich bin sicher. Ich möchte es. Was. Ich habe, ich bin. Das ist eine große Herausforderung. Nein, ich weiß nicht, dass ich hier noch ein paar Mal verabschiede bin. Ja? 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 Ja, das ist gut. Haben sie auch? Ich hab noch mal gesagt, ich hab dich entgegen, ich hab dich entgegen, ich hab dich entgegen. Ich bin außer Reitweite. Ich kann das noch nicht tun. Ich hab dich entgegen, ich hab dich entgegen. Ich hab dich entgegen, ich hab ihn nicht gehört. Ich hab dich jetzt in der Ecke entgegen. Ich hab dich wohl noch da noch. Dann kann ich der Schwerter sein. Da kommt der Schwerter hier. Aha, okay. Da kommt der Schwerter, auf der andere. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das ist so cool. Hey, guys. Hallo. Ha, ja, ja. Der Mann wird das hier in der Köln. So, wir machen ein Dainer in die Obe. Vielleicht kann man auch, dass der ist, und das ist das andere, und das ist das andere, das ist der Stahl, ja. Und hier, und das ist die D-Obe, die D-Obe und die D-Obe. So, wenn ich einen zum Beispiel ... Es ist so schön, aber mit meiner Meinung nach zu haben, youtube ist das einfach so schön. Dann bin ich dran. Und ich bin Shan, ich bin von ihnen zu erwähnt. Ich bin hier drauf, aber jetzt ist das einfach so genial. Ich bin dagegen oder so, aber es ist das einfach so, aber es ist einfach so, dass ich mich für viele Leute blöЭ는데 Weil ich nicht das erste Mal bin, ich bin eigentlich in der Karten, ich bin nicht so gut, ich muss mich nicht so gut, Ah, hunderschön, der wird hier. So und so und so und so und so. Ich muss mehr heran, auf diese Fähigkeit in den Kuh verraten. Auf der Reikante. Ich fand das noch nicht gut. Ich bin bereit. Mehr heran, diese Fähigkeit ist noch nicht verraten. Ich fand das noch nicht gut. Ich bin immer noch auf. Ich kann das nicht mehr erreichen. Auf! Auf! Ich bin nicht mehr auf. Ich habe das nicht mehr. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht mehr auf. Ich bin nicht mehr auf. Ich bin nicht mehr auf. Ja, das war die Wünsche, die siegt, aber wenn sie das noch bei einer Kattur Die werden jetzt verboten, dann kommen Ja Da fliegt bereit. Muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Kann das noch nicht gut sein. So, kann man so rechtseitig verkleinigen. So, steigt immer noch schnell den Schimpel der Stein. Der Stein hat den Kuh. Da fliegt bereit. Der Stormer ist noch nicht bereit. Muss zuerst etwas anvisieren. Wolltra. 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 Das war's für heute. Nicht bereit, die Entdeckung ist doch nicht bereit. Ich muss näher heran. 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 Ich muss näher her. 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 Okay. 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 auf dem man Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wenn er jetzt ein bisschen mehr lebt als den, seht ihr, und wenn er jetzt da bei den, wenn er wirklich ins Reifen drinsteht, dann hat er verloren und dann ist er nicht so. Jetzt wird zusammen, er hat uns wieder gelegt, das ist ja schon ganz schön. Ich bin echt bereit. Oh, Microsoft. Ah, sieh da noch mal. Check, rauskommange, die, 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 die. Knie, knie. Ich hoffe, wir haben sich auch angegriffen, wenn wir, oder zurück aufnehmen, wie auch immer wieder, wie bei der Haken. Die Welt wird aus Flammen neu entstehen. Die Welt ist noch nicht bereit. Die Haken sollte man wieder rausziehen. Die Haken sollte man nicht. Die Haken sollte man nicht. Die Haken sollte man nicht abholen. Die Haken sollte man nicht. Die Haken sollte man nicht abholen. Die Haken sollte man nicht abholen. Die Haken sollte man nicht mehr ausweichen. Was ist das denn? Das ist der Grund, das ist der Grund. Ah, das ist der Grund. So. So geht das hier im Moment schon wieder raus, weil da kommen hier mal diese schwarzen Falten. Da wirst du richtig die Probleme da reinziehen. Dann stellen wir mal raus. Und hier kommen wir in diesen Staubegriffen. So, jetzt gucken wir mal noch die Beste da rein. Ich würde meine Baume nennen. Wir machen natürlich die Hörbegriffen. Ich habe das Wort gesagt. Ich habe das Wort gesagt. So. Jetzt ist die Befehlung. Und jetzt geht es um auch. Ich habe das Wort gesagt. Ich habe das Wort gesagt. Ich habe das Wort gesagt. Na ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit euch hinein und bitte zum nächsten Mal mit euch, der Joschi und ich, ja, bitte zum nächsten Mal, es bin ich, der Joschi und der noch in der Europale-Ausseite, bitte zum nächsten Mal, tschau, mit, au, tschöne Und dann, 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 Untertitelung des ZDF, 2020